Ein herzliches Willkommen zu Let's Play Sonic Adventure DX Director's Cut. Ich bin der Trend92 und wir machen heute mit Amy's Story weiter. Hoffentlich kriegen wir sie durch, weil Amy's Story mich zu Tode langweilt. Wir facken ja gar nicht lang und machen sofort weiter, damit wir den Schrott hier endlich beenden können und zu Big The Cat, die wohl langweiligste Story von allen, übergehen können. Aber gucken wir mal. Eggman, nein! Du kannst nicht so schnell wegkommen. Sonic, Hilfe! Too late, buddy! Birdie! Es ist eine Chaos Emerald. Was? Ich brauche nicht die Wurzeln, wenn ich das habe. GERMA! Auf Ihren Service, Sir. Dispose von diesen wunderschönen Pestern. Gib sie alles, was du hast. Aye, aye, Sir. Wir werden das Wort verabschieden. Ich habe bessere Dinge zu tun! Stopp, Mr. Robot! Bitte stopp! Aimee! Das ist einer von Eggman-Klunker! Aus meiner Weg! Nein! Er hat mich vorhin geholfen lassen, mit mir zu entfernen! Dieser Robot ist anders! Du musst ihn nicht schrauben, okay? Aimee! Okay, ich glaube, ich werde ihn dann gehen. Die A-Carriere verlieren Altitude! Wir sind aus dem Zeitpunkt! Take Aimee und weg, schnell! Was für dich? Ich werde den Eggman-Klunker! Ich werde ihn wegschrauben! Ich werde ihn wegschrauben! Ich wusste, dass du mich schrauben würdest, Sonic! Du bist mein Heroin! Ich bin ein Heroin! Uh, bist du okay? Es ist gefährlich hier! Nicht mehr auf den Eggman-Klunker! Entschuldige dich! Komm schon! Warum du mir helfen kannst? Ich sagte, wir wären Freunde und ich zurückgebe. Auch dieser Böse will dich frei. Eggman-Klunker ist nicht der Mann, du solltest du arbeiten. Aimee, komm schon! Wir gehen! Wir gehen! Bis zum nächsten Mal, Mr. Robot! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Musik 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 Ich wundere mich, was Sonic macht. Er ist immer wieder zu retten. Ich sollte mehr independen sein. Sie wissen, dass du mich sicher überraschst, mit einem Chaos Emerald mit dir. Kein Wunder, dass sie nach dir waren, meine Feathered-Friend. Hey, ein Pendant! Wow! So, ich werde dir helfen, zu finden, deine Familie. Does Eggman haben sie jetzt captive? Ich glaube, er macht. So, ich werde dir helfen, zu finden, deine Familie. Ich bin so weit. Ich könnte auch gehen. Der Robot sagte, dass Dr. Eggman's base in den Mystischen Ruinen ist. So, was sagst du? Wir schauen es aus! Yo, dann auf in den Wald. Ha. Gucken wir uns wieder in Eggmans großer, riesiger Stadt um. Hoffen wir, wir kriegen das jetzt durchgezogen, bitte. Ja, genau. Los, lauf in der Luft, Amy. Machst du richtig gut. So, auf geht's. Ach Leute, was soll ich euch erzählen? Ich bin ein bisschen stressig gerade alles. Aber... Kriegt das schon gebacken. Hoffen, euch geht's gut. In eurem Leben. Und so. Und da haben wir es auch dann endlich mal geschafft. Hm... Ich erinnere mich nicht, dass ich diese Brücke erinnere. Sieht gefährlich zufrieden. Willst du gehen? Ja, wollen wir. Ist doof, dass du fragst, Amy. So. Jetzt dürfen wir nochmal dieses Kack-Rätsel machen. Ich hoffe, das kriegen wir relativ schnell gelöst. Oh Gott, ich hatte es doch. So, wunderbar. Nice. Und rein. Geht da rein, los. Final Egg. Nicht du wieder? Warum verfolgt er die eigentlich immer noch? Die hatten doch die Chaos Emerald schon. Ich check's nicht. Naja, egal. Laufen wir einfach mal durch das Level hier. Wir lassen uns hier auch nicht besonders viel Zeit. Ich hoffe, es wird nicht so lang wie... Äh... Hot Shelter. Aber mal gucken. Ja, gut. Voll dagegen gesprungen. Das war sehr schlau. So. Rüber. Wir brauchen das Leben nicht. Oh Gott, da kommt er. Tschüss. Natürlich kannst du durch Laserstrahlen laufen. Aber ich nicht, oder was? Jetzt müssen wir halt warten. Wir können ja ein bisschen Beybladen. Wenn wir hier schon warten. Na, da kommt er doch schon. Oh Gott. Wir sind besoffen. Geh da rein, Amy. Los. Ach, geschafft. Und ein Stockwerk höher. So. Und los geht's. Hoch. Hoch. Da ist schon der nächste Checkpoint. Eine der Türen ist... ...die falsche. Ich glaube, das ist jetzt die richtige. Bin mir aber da nicht gerade sicher. Jupp. Gleich die richtige gefunden. Gehen wir auch weiter. Ich hoffe, der verfolgt mich nicht, weil dann haben wir das Level jetzt schon abgeschlossen. Los, Randa! Alright! Super! Es hat nur zwei Minuten gedauert. Ging ja richtig schnell. Oder was sagt ihr, Leute? Ich bin frei! Das war schlimm für dich, Amy. Wow! Gute Erkenntnis. Gute Erkenntnis. Gut gemacht, Amy. Dass du jetzt aufgekommen bist. So, dann auf zum... ...Egg Carrier. Und dann holen wir seine Familie zurück. Hoffentlich. So, raus hier. So, dann müssen wir den ganzen Weg dahin laufen. Das ist unglaublich nervig. Obwohl ich die Oberwelt von Sonic Adventure DX ja schon echt gut finde. Aber... Das war jetzt einfach nur so ein Streckungslevel. Weil das doch klar war, dass der Vogel nicht da drin ist. So. Ich glaube, hier hoch. Ne, leider falsch. Wir müssen noch einen weiter. Da müssen wir nämlich lang. So. Jetzt dauert das Klettern wieder ewig. Bei Amy ist ja nun mega langsam im Klettern. Sogar Big The Cat ist schneller. Aber... Was willst du erwarten, wa? So. So. Geschafft. Raus aus diesem... ...Kackwald. Und auf zum Egg Carrier. Station Square will be departing soon. So. Hier müssen wir jetzt mal rein. Und auf das Floß springen. Gib Gummiii. So. Wir sind da. So. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Okay? Du Idiot! Wie kannst du das tun? Jetzt gehst du es! So, Zeit für einen Bosskampf. Ich glaube, das ist der letzte im Spiel. Oder der letzte und einzige im Spiel, oh Gott. So, wir müssen den dagegen boxen. Wunderbar. Oh nein, ich habe vergessen, Ringe einzusammeln. Oh, das war so dumm. Das war so unnötig jetzt. Ich habe vergessen, Ringe einzusammeln. Sollte man vielleicht vorher tun. Dieses Mal habe ich aber einen Ring. So, dieses Mal kriegst du mich nicht. So. Au. Na, haben wir es bald mal? Danke. So. Und das ist der nächste Treffer. Einer noch. Ja, dann komm. Oh ja, nee. Ist klar, Alter. Ja. Du stinkst nach Fisch, Alter. So. Zeit, dass wir dich dagegen schleudern. Oh ja, nee. Okay. So. Und das war's dann auch. Stirb. Und da fliegt er in die Luft. Endlich sind wir ihn los. Und zwar komplett. Ich kann das machen. Bitte, ich kann das machen. Bitte, warte auf, Bertie. Bist du okay? Kannst du fliehen? Warte auf, Bertie. Warte auf, Bertie. Du hast es geschafft! Jetzt können Sie dich drei wieder in Kirchen leben. Ich bin so glücklich! Ich werde auch mein Bestes versuchen! Schau mich an! Ich werde das Sonic Respekt machen! Und von dieser Zeit wird es zu früh! Abgeschlossen, was soll ich großartig dazu sagen! Absolut langweilig, aber gehört zu diesem Spiel! Ist nicht so mein Ding! Trotzdem gehört sie dazu und ich spiele sie gerne, auch wenn sie mega langweilig ist! Wie alle Storys! Aber ich will nicht zu viel labern! Ich entlasse euch jetzt in die Credits! Ich danke euch hier fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Tschüss! Ich verstehe euch jetzt! Das ist so schön! Ich hatte es zu schäfen! Er hat mich auf Parsley, wenn er standen da ist! Er macht mich vor allem! Er ist seine Fähigkeit! Ich bin so einfach! 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 Und er ist meine Fähigkeit! How much as I need you Are you okay? You seem to be a little You don't have to worry about a single thing We are free to get whatever that we want We are also free to do whatever we want And that's what we'll do Yeah, that's what we'll do We should live our lives the way we think it ought to be Sweet, you're so sweet There's nowhere to hide Sweet, sweet, you're so sweet Come on, settle our lives Sweet, sweet, you're so sweet I'll always be there for you Sweet, sweet, you're so sweet In the best and worst time you can be My sweetest time for eternity Yeah, yeah, yeah Sweet, sweet, you're so sweet So many things I want Sweet, sweet, you're so sweet I wanna be a wonderful girl Sweet, sweet, you're so sweet I'm not simple minded Sweet, sweet, you're so sweet And I won't be your pearl I wanna see Me too Need you just as much as you Meet me Ooh Oh 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.